Antenne vor Allberg Ich zeige mir probierens, 20 Sekunden, ein ungetauscheltes Knossport, auf Los geht's los, auf die Plätze, fertig, los! Was ist denn mit dem Mund? Es ist total trocken, man muss mir das zu sagen. Und ich habe nichts mit Trinkern an. Ich werde mir verstanden, es sind nur noch 8 Sekunden, dann haben sie zwei im Mund. So viel hat es auf den Schatten und die 20 Sekunden sind im Mund. Ich muss mir leider geschlagen geben. Die haben da ungefähr ein Trinkes übrig. Vor gestern haben wir es nicht wirklich. Zeige mir mal etwas, was kommt. Wie fühlt man sich jetzt noch so am Triumph? Du hattest zwar im Mund, aber es ist nicht genauso trocken als wie das war. Markus, du hast aber eigentlich auch noch 20 Sekunden geschaut, oder? Nein, ich glaube, es war ein Lenz fertig. Ja, und vor allem, ich bring dir das nicht runter. Es ist so trocken. Ich will zeige dir, die Susi ist einfach eindeutig unsere Siegerin zu sehen. Großen Applaus! Markus auf Platz 2, siehst du Weltmeister, das passt ja auch, oder? Ja, richtig. Und ich bin abgeschlagen auf dem 3. Platz. Mit dem muss ich jetzt umgehen lernen und ich erzähle mir, du bin auch bekleckend ein Kaffee und dann plaudeln wir wieder. ARD contenierte Berge Vielen Dank.